Das ist so toll, dass man Treppenverkehrt herum aufhängen kann. Das sieht der Tunnel erst wirklich gut aus. Ach ja, Tunnel bauen ist immer wieder eine der wunderbarsten Beschäftigungen, die man in Minecraft so machen kann. Oh Gott, ich freue mich schon auf diese Aufnahmesessions für die wundervolle Folge. Na gut, da kann ich aber einfach nur meine Ohren mit viel zu leiser Musik penetrieren, die ich über das Handy abspiele oder sonst was. Weil ich baue tatsächlich in dem Sand auch noch. Und ich muss im Vorhinein mal ausprobieren, was passiert, wenn ich in OBS mit einem FPS aufnehme. Theoretisch, ob ich dann alle Sekunden nur ein Bild habe. Wenn ich das dann im Zeitreffer mache, müsste das ja eigentlich ziemlich geil werden danach. Also ist meine Hoffnung. Ähm, natürlich halt dann quasi von 1 FPS auf 4 FPS. Das dann weiter auf... Das muss ich halt dann aber auch auf 4 FPS rendern. Das war noch das Reziger an Sony Vegas. Ähm... Das dann wieder bei vierfältigen auf 16 FPS. Das dann... Äh... Oh Gott. Dann 16 mal 4... 40... Ja dann 64 FPS. Das kann ich dann wieder auf 60 FPS rendern. Dann haben wir schon die 3-fache Beschleunigung. Was schon einen ganz guten Zeitreffer gibt. Dann weiß ich nicht. Dann... Äh... Das... 24 Stunden in Sekunden. Äh... Gute, damals waren noch ein paar 60 FPS Zeitreffer. Normalrendern. Dann wird mein PC sowieso wieder... Irgendwann wird man bei solchen Sachen meinen Prozessor mal brauchen, soll ich. Mein PC ist sowieso irgendwie dabei, allmählich unter dem Betriebssystem zu erliegen, zu kommen. Und dann wird mein PC sowieso wieder... Ähm... Weil... Aus irgendeinem Grund... Äh... Ich letztens mehrmals hinterher an einem Blue Screen hatte. Ohne erklärbar ne Ursache meiner Meinung nach. Ich hab keine Ahnung wann das jetzt genau gelegen hat. Ähm... Und das kommt mir jetzt nicht mehr... Nicht mal wirklich selten vor. Das ist ja das. Was mich auch etwas aufregt. Es ist seit dem letzten Windows Update... Hier hieß es dann... Ihr Bild... Aktualisieren und neu starten. Hab ich gehört. Also aktualisieren und herunterfahren. Hab ich gehört. Okay gut. Dann aktualisier du mal. Während... Ich dann halt drauf geklickt habe. Und dann halt so gesagt haben... Ja ein Programm findet das herunterfahren. Das war halt Downsleep. Das ist das Programm... Das auch das herunterfahren effektiv ändern soll. Ähm... Und damit eben... Beim... Hochladen oder Rändern... Der PC oben bleibt. Äh... Das Programm findet Effekt... Der verhindert das herunterfahren. Aber genau. Ja. Dennoch herunterfahren. Klack Blue Screen. Und dann ist es ja nicht mal mehr so... Dass... Windows... Dann irgendwie beim nächsten Hochfahren... Eine Textdatei oder irgend sowas öffnet. Wo dann auch dritt steht warum es einen Blue Screen gab. Nein. Es gibt dann nur noch... Äh... Im Blue Screen selber einen QR Code. Es steht dann da noch... Informationen werden gesammelt. Aber die werden dem Benutzer nicht mal mitgeteilt. Was denn denn... Das Blue Screen ausgelöst hat. Ja. Und das ist einfach total dumm. Weil wie soll ich denn bitte... Äh... Versuchen... Das ist eine Ursache des Blue Screens zu arbeiten. Wenn ich jetzt gerade... Ich habe ja nicht mal einen QR-Screen-Scanner auf dem Handy. Sollte ich mir vielleicht in einem... Einbetracht der Tatsache dieser Blue Screen mal überlegen. Ob ich nicht... Äh... Doch mal einen mir anschaffen will. Also ich muss es ja eigentlich. Weil... Sonst habe ich hier... Ja... Ist halt blöd. Anderweitig. Ähm... Ah... Das kann es doch eigentlich doch gar nicht sein. Das... Solche nicht passieren dürfen. Eigentlich. Ist das echt? Sehen? Oh Gott. Jetzt kommen da noch Kies runter, man. Ich brauchte gerade einmal nur zwei. No. Gut, dass ich da eine Fackel habe. Was war ich denn? Hä? Moment. Ja. Ich verstehe gerade mein Problem nicht. So. 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 Dalla. Bereiten wir hier mal vor. Für den Fall, dass noch mehr Kies runter kommt. In diese Richtung. Wird wahrscheinlich eh noch passieren. So. Ähm... Gut. Dann graben wir. Ja. Was heißt Graben? Ich gleite hier mal ein bisschen weiter aus. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis der Tunnel hier fertig ist. Oh Kohle. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Das... Ist ein innerer Zwang. So. Die Kohle. Immer mitzunehmen. Das sind halt Rohstoffe. Kann man immer mal gebrauchen. So. Jetzt brauche ich erstmal aber neue Treppen. da. Na ja. Dann tun wir schon. Nicht gerade klein. So. Schön. Aber die ist ja eigentlich einfach nur die Musik im Hintergrund laufen oder so. Die ist sehr schön. Passt auch unglaublich gut gerade. So. Ich bin mal gespannt, aber ich schaffe einfach nur noch Kies, die ich hier beim Graben finde in diesem Tunnel, den Tunnel auch unten auszukiesen und Schotter. Ja, den meine ich jetzt aber nicht den Kies, der einfach nur stumpf runterfällt, sondern halt diese Kiesadeln, die ich dann halt auch grundsätzlich dann alle freilegen werde. Ähm. Ich sag eh klar. So. La la la. Ganz viel Tunnelbau hier. Untendrin. Hm. Sollte man für sowas eigentlich die Höhlenplanlist reinmachen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. So. So. Wie gesagt, ich hielt es mir mitnehmen. So. 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 Ich hab überhaupt keine Ahnung was ich da jetzt eigentlich großartig kommentieren soll, aber das Spiel geschehen ist halt, ah, geht zu hoch. Das ist nicht so wirklich krass spannend, wa? Außer Kohle finden wir unten nämlich auch nichts, dafür ist der Tunnel nämlich zu hoch, auf der Ebene wo wir gerade sind. Ja, also wie gesagt, da wird nicht großartig viel passieren hier. Und fertig. Gut, bis zur nächsten Fackel da vorne werden unsere Spielzeug noch reichen, bis zur übernächsten mit Glück wenn die Höhe dazwischen sehr groß ist und uns sehr viel Grabarbeiten spart. Das waren jetzt 16 Blöcke. So, das sind schon auf jeden Fall 20, das heißt ein Drittel des Tunnels in die Richtung, aber eh schon. Das ist das Gute, weil so bei relativ kurzen Tunneln da hat man noch einigermaßen guten Überblick, wie lang das jetzt noch ist und so weiter. So, ich muss auch gucken, wo ich die Beleuchtung heranmachen will. Also ich wäre eigentlich für von oben. Glowstones einarbeiten, irgendwie. Wie gut das geht, ist eine Frage. Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht so gut. Ähm. So. Gut, aber ich glaube ich belasse es jetzt. Ich habe gut genug gearbeitet jetzt gerade. Ja, hier sind jetzt auch schon gut weg. Hier sind ja noch ein Haus. Das war es dann auch. Ups. Hier muss weg. Aua Dinger, ne? So. Hier ist ein fachwerkstrukturling. Hier ist der Bahnsteig. Jo. Das ist der Bahnhof jetzt hier vorne. Ah, der hat keinen Namen, Mann. Boah, ich glaube Burggasse. Ich weiß überhaupt, hat die Stadt eigentlich schon den Namen? Ist da unten ein Huhn? Wie ist das im Lied? 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 Wie ist das nicht, warum in diesem Lied ein Huhn sterben sollte? Ne, die Straße ist aber schon eigentlich cool hier. Art und Weise. Also ich finde, hier kommen wir. Es ist schon eine ganz gute Anlage hier bisher. Es fehlen hier noch etwas die Häuser. Aber sonst bin ich da durchaus gut zufrieden mit. Und der Schnee hat wieder vollends zurückgeschlagen. Hey, hey. Na, umwerfend. So. Äh. Ja. Ich bin müde. Aber ich werde jetzt nicht schlafen gehen, sondern einfach mal nicht. Ach süß, da oben guckt das Haus raus. Schaut mal. Ha, Subi. Na, geiler Anblick eigentlich. Ha, Subi. Ja. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.